Mein Name ist Christa Herzog und ich spreche darüber, wie Sie Ihre Leidenschaft zum Beruf machen und damit Geld verdienen. Suchen Sie nicht nach irgendeiner Arbeit, um schnell Geld zu verdienen, sondern suchen Sie zuerst nach Ihrer Leidenschaft, die Sie zu Ihrer Arbeit machen. Nur so können Sie im Leben erfolgreich werden und nur so werden Sie mehr und mehr Geld verdienen. Um Ihre Leidenschaft zu finden, machen Sie drei Listen. Erstens, schreiben Sie alles auf, was Sie gerne machen. Zweitens, schreiben Sie alles auf, was Sie interessiert. Und drittens, schreiben Sie alles auf, worin Sie gut sind. Dann gehen Sie die erste Liste durch und fragen sich, was Sie lieber tun. Das erste, was Sie aufgeschrieben haben oder das zweite. Gehen Sie so weiter, bis eine Sache, die Sie gerne machen, übrig bleibt. Dasselbe machen Sie, mit was Sie wirklich interessiert und dasselbe machen Sie, worin Sie gut sind. Nun fragen Sie sich, was Ihnen lieber ist. Das, was Sie wirklich gerne machen. Das, was Sie sehr interessiert oder das, worin Sie sehr gut sind. Beginnen Sie dann zu recherchieren, wie man mit dem, was wir hier Ihren Lieblingsberuf nennen, Geld machen kann. Denken Sie nach, welche Worte Ihren Lieblingsberuf repräsentieren, mit welchen Worten Sie etwas über diesen Beruf finden können. Geben Sie dann diese Worte in Suchmaschinen ein und sehen Sie nach, wie andere mit diesem Beruf Geld verdienen. Geben Sie zum Beispiel auch ein Arbeitssuche plus das Suchwort. Suchen Sie nach Unternehmen, wo Sie Ihren Lieblingsberuf oder einen Teil Ihres Lieblingsberufs ausüben können, um in diesem Beruf einmal Fuß zu fassen. Sie werden in der Folge sich weiter hocharbeiten oder sich sogar selbstständig machen und sehr erfolgreich werden und viel Geld verdienen. Mehr Informationen, wie Sie Arbeit finden und wie Sie Ihre Leidenschaft zum Beruf machen, um erfolgreich zu werden und mehr und mehr Geld zu verdienen, finden Sie auf private-dimension.at